Das ist der zweite Versuch von Luis Pröbstle über 5,20 Meter und er springt da drüber. Starkes Ding und damit steht schon mal fest, dass er der neue deutsche U23-Meister ist und auch der neue alte, denn er hat seinen Titel verteidigt, Luis Pröbstle. Also was für ein Nervenkrimi hier von dem Bayern.